Die erste Staußenerreiseverkehr Wir wollen noch ein bisschen zurückzuschauen, themisch für Luft-Österreich 2020. Start, können wir mit heute vor einem Frühstück zu diskutieren. Matthias Wolls. Ich komme in die Fahrt. Sieben, Power. Ja. Meldrück und 15. Ich würde gerne etwas. Ich würde gerne einen. Ich würde gerne einen. Das war mein Auto oder was? Ja, das kann ich.